Die nächsten Tage kommen zahlreiche Gewitter unter Tiefdruckeinfluss auf uns zu und einzelne Gewitter können durchaus wieder kraftvoll sein. Ja, es kann mächtig scheppern in den Zentren der Gewitterwolken. Hier sieht man so eine eindrucksvolle Gewitterwolke, hier den Aufwindbereich und hier hinten fällt der Niederschlag aus dem Gewitter raus. Pusten die kräftigen Böen, das kann uns die nächsten Tage durchaus wieder blühen. Denn die Luftmasse wird jetzt ausgetauscht, von der Biscaya strömt schwülwarme Luft in unsere Richtung nach Deutschland und unter Tiefdruckeinfluss werden einzelne, teils heftige Gewitter ausgelöst. Die schwüle Karte zeigt eben schon den Luftmassenwechsel, sprich die Luft ist teilweise drückend schwül, gerade wenn die Sonne kurz rauskommt, schon in den Frühstunden merkt man das, viel wärmer als in der Nacht zuvor. 13 bis 18 Grad, die Temperatur vielerorts das Minimum und dann tagsüber viele Wolken erst mal. Teilweise sind Schauer unterwegs, im Osten sogar mit Blitz und Donner schon aus der Nacht heraus. Hingegen südlich der Donau anfangs freundlich und genau hier kann es dann im Laufe des Tages örtlich kraftvolle Gewitter geben. Kleinräumig sind Unwetter nicht ganz ausgeschlossen. Dem meisten Sonnenschein gibt es direkt an den Küsten, dort auch lange trockene Phasen. Am Nachmittag 23 bis 27 Grad, das ist die Höchsttemperatur in der schwülen Luftmasse, ein bisschen frischer in den Schauern. Und auf Helgoland, hier kühlt ein bisschen das Wasser. Die Schwüle wird uns auch am Samstag begleiten. Dementsprechend gibt es dann weitere Schauer und Gewitter, aber die Schwüle wird dann langsam abgedrängt im Laufe des Sonntags. Dann verzieht sich diese nach Osten. Aber vor allem am Samstag, wenn die Luftmasse eben noch so schüle ist, kann es sehr verbreitet Schauer und Gewitter geben. Einzelne davon relativ kraftvoll, vor allem im Osten und im Süden des Landes, wo es sommerlich warm wird. Im Nordwesten legt der Sommer eine Pause ein und ein bisschen kühler wird es dann im Laufe des Sonntags. Und die Gewittergefahr wird dann ein bisschen abnehmen. Und die Gewittergefahr wird dann ein bisschen abnehmen. Und die Gewittergefahr wird dann ein bisschen abnehmen. Vielen Dank.